yo moin so heute ist folgende auftrag ich bin jetzt hier verkleidet als polizeikommandant und habe mir jetzt ganz viel sprengstoff eingepackt und unser auftrag wird sein diesen aaf checkpoint hier in die luft zu sprengen der gerade von zwei aaf leuten bewacht wirkt also menschen menschen spielen diese wache jetzt gerade und ich spiele jetzt diesen angreifer und mein plan ist ich nehme diesen tanklaster hier der vollgepackt ist mit sprengstoff und platziere hier mal eben so ein bisschen so ein paar dinge wie zum beispiel so claymores genau und dann ist mein plan ich verbinde die geballte sprengladung mit meinem totmann schalter und der rest diese normalen sprengladung hier die platziere ich ja noch mal so obwohl hinten ran ist auch nicht schlecht so und dann fahre ich mit der karre da rein und entweder erschießen die mich oder ich schaffe es den laster hier zur explosion zu bringen ohne dass sie es schaffen mich zu erschießen was natürlich schon ziemlich lustig wäre so dann brauche ich auf jeden fall so zündvorrichtung todmann schalter habe ich was haben wir denn noch die sprung ja die fetten antipersonen sprung die verbinde ich mit dem todmann schalter gut machen wir uns mal auf den weg also ich bin jetzt mit dem todmann schalter verbunden und ja entweder ich zünde die den ganzen klumpadsch hier eben über den zünder oder man erschießt mich und dann gehe ich in dem fahrzeug hoch und somit explodiert natürlich dann auch das fahrzeug und ich hoffe sehr ich stehe dann noch ich stehe dann mindestens dann neben dem tank laster oder der der ganze tank geschichte und sprengen das ganze dann auch schön in die luft ja jetzt fahren wir doch mal eben hin wir sind ein bisschen abseits damit man man kann halt dadurch auch dann kommen von jeder seite scheiß egal so wir kommen jetzt auf gleich auf die hauptstraße da vorne und da ist schon in den grünen tower und das ist der checkpoint da vorne ja hahaha ahahaha ja oh yes ahaha das hat sich mehr gestoßen 8 die schlechter Äh, ich hab ein Problem Ich hab kein Medic-Material Das ist jetzt aber nicht so schön Eigentlich wollte ich... Warum hab ich denn kein Medic-Material dabei? Verdammt So, zum Glück haben die welches Du, der hier ganz entspannt auf die Karte gucken Alter, Alter, ich baue, ey Alter, du Sack, ey